Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAK und in der heutigen Folge geht es um das Thema Auf ein Spiegelei mit Aiwanger. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Diese Episode dürft ihr euch keinesfalls durch die Lappen gehen lassen, sondern ihr solltet die Löffel spitzen. Heute will ich nämlich ein ganz spezielles Rechtsgebiet aufs Korn nehmen, über das wir bislang noch nicht gesprochen haben. Ich kann mich also wirklich nicht länger davor drücken und hoffe, die Episode wird nicht in die Binsen gehen. Eigentlich steht das aber nicht zu befürchten, da ich einen alten Hasen am Mikro habe, der ganz genau weiß, wie eben dieser Hase läuft. Na, habt ihr schon ein bisschen Lunte gerochen? Nein, keine Sorge. Ihr werdet heute nicht auf der Strecke bleiben. Ich werde euch gleich noch auf die Sprünge helfen. So, habe ich jetzt etwa gerade das gesamte Intro aus Weidmanns Sprache gebastelt? Ja, habe ich wohl. Denn heute dreht sich alles ums Jagdrecht. Und wenn es um Jagd und Jagdrecht geht, gibt es einen, an dem definitiv kein Weg vorbeiführt. Christian Teppe. Lieber Christian, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern. Herzlichen Dank für die Einladung und Weidmannsheil. Weidmannsheil. Lieber Christian, ich habe das schon ein bisschen geteasert, aber ich möchte noch ein paar zusätzliche Infos zu dir ergänzen. Du bist Fachanwalt für Agrarrecht und zwar, korrigiere mich, ich glaube sogar der Dienstälteste. Du bist Jäger, Autor, YouTuber und natürlich heutzutage TikToker. Und irgendwann im Lauf dieser Folge werden wir auch aufklären, was es mit dem Spiegelei und Aiwanger auf sich hat. Wer die Story hören will, muss also bis zum Ende dranbleiben. Bevor wir in all diese Themen einsteigen, Christian, wie immer zu Beginn die Frage, warum hast du Jura studiert? Eigentlich wollte ich mal Oberkreisdirektor werden. Das ist ja sowas in Niedersachsen, ein zweigleisiger Hauptverwaltungsbeamter und hatte vorher schon immer viel Politik gemacht als junger Mensch. Und das fand ich ganz spannend, dass man dann eben kommunale Politik in kommunales Recht umsetzen konnte. Hatte dann auch als Wahlschwerpunkt damals bei Hans-Peter Bull, dem früheren Innenminister und ersten Bundesdatenschutzbeauftragten, Kommunalrecht, Öffentliches Dienstrecht und Verwaltungslehre als Wahlschwerpunkt im Studium. Und dann habe ich noch so in den letzten Atemzügen meines Studiums begonnen, bei einem Rechtsanwalt erstmal so ein Praktikum zu machen. Und dann hat sich irgendwie daraus ergeben, doch auch da zu arbeiten, weil es einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und dann habe ich zwischendurch nochmal so ein kleines Gastspiel in der öffentlichen Verwaltung gegeben, aber eigentlich schlug mein Herz ab dieser Zeit dann für den Anwaltsberuf. Das war jetzt tatsächlich schon Frage zwei, warum Anwalt, aber das kaufen wir auch, auch akzeptiert. Du hast mir erzählt, dass das Studium für dich finanziell doch schon ein bisschen herausfordernd war. Ich fand das ganz spannend und ich weiß, wir haben ganz viele Studentinnen und Studenten unter den Zuhörern, die kennen das Problem sicher auch ganz gut. Erzähl mal so ein bisschen. Ich sehe das jetzt bei meinen Kindern, die alle jetzt am Gymnasium sind, zwei demnächst jetzt die letzten zwei Jahre eintreten. Und man macht sich überhaupt gar keine Gedanken darüber, was eigentlich so ein Studium kostet und was man für Bedarfe hat. Wenn dann die Kinder einen Führerschein machen, wollen sie auch irgendwie ein Auto haben. Wenn sie dann studieren wollen, möchten sie auch eine eigene Wohnung haben. Und darüber hatten wir zu Hause eigentlich nie so gesprochen. Irgendwie war das so unausgesprochen geblieben, dass der Junge, der hatte ja schon eine Wohnung in dem Haus seiner Mutter zur Verfügung gestellt bekommen und dass er dann noch das Geld bekam für eine Fahrkarte zur Uni. Und im Übrigen könnte ja alles so bleiben wie bisher. So war das irgendwie nonverbal kommuniziert worden. Aber ich hätte schon gerne eine Wohnung gehabt in Hamburg, eine Studentenbude zumindest. Aber das war alles schwierig. Und dann habe ich mich bei den Studentenverbindungen umgehört. Aber da kamen wir politisch so gar nicht zusammen. Und dann habe ich es vorgezogen, statt mich politisch in eine, ja heute auch in aller Munde befindliche Richtung verbiegen zu lassen, dann doch lieber jeden Morgen mit dem Interregio zu fahren. Den gab es damals noch. Und mein Taschengeld hat es zumindest hergegeben, dass ich mir jeden Morgen im Interregio Bordbistro auch eine Tasse Kaffee leisten konnte. Ja, das ist nämlich so eine Sache, das Geld für eine Studentenbude muss man erst mal haben. Und ich weiß, du hast also sehr viel Zeit in der Bahn verbracht, weil das war nämlich ein ganzes Stück, das du immer zu fahren hattest zur Uni. Es hat sich aber für dich gelohnt, es hat sich ausgezahlt. Du bist Anwalt, bist auch sehr erfolgreicher Anwalt, hast aber ein vielleicht nicht ganz alltägliches Rechtsgebiet dir rausgesucht, nämlich Agrarrecht und Jagdrecht. Wie kamst du da drauf? Ja, wie so vieles im Leben wendelt sich das so zurecht. Und ich war als junger Bursche nach der Bundeswehr, hatte ich dann das Geld zusammengespart, mir einen Jagdschein, einen Jagdkurs zu belegen, hier bei der örtlichen Kreisjägerschaft. Und das habe ich dann natürlich auch so gelebt und fand eben so diese besondere Nähe zur Natur und dieses ursprüngliche, aber auch so ein bisschen draufgängerische Handfeste für mich passend. Und so war das dann auch im Gespräch mit Freunden an der Uni, dass wir dann so ein bisschen auch aufgeteilt haben, wer könnte eigentlich wofür mal zuständig sein. Und für mich kam dann irgendwie so über die Jagd auch das Thema Landwirtschaft. Und dann hatte ich auch eine Freundin, die dann später meine Frau und die Mutter meiner Kinder wurde und die dann eben auch von einem landwirtschaftlichen Betrieb kam. Und da haben wir dann so diese landwirtschaftlichen Zeitschriften gelesen. Da gab es dann auch immer so Rechtsrubriken und da kommt man dann in ein Rechtsgebiet hinein, mit dem man ja sonst im Studium so überhaupt gar keinen Kontakt hat. Genau. Und als ich dann Rechtsanwalt war, habe ich auch erst mal alles gemacht, wie man damit so anfängt. Man glaubt ja, man könne alles, gerade so nach dem zweiten Staatsexamen. Das Gegenteil ist ja manchmal der Fall. Die Erfahrung muss man dann auch erst machen. Und die Erfahrung, die man dann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte macht, die ist, glaube ich, auch nicht kompensierbar durch irgendwelches Studium. Ja, und so hat sich das dann durch das familiäre Umfeld, aber eben auch durch die Passion der Jagd. Ich nenne das nicht Hobby. Hobby ist für mich ein Wohnwagen. Und da hat sich das dann so herausgemendelt, dass ich mich dann spezialisiert habe aufs Agrarrecht und da auch nochmal neben den klassischen agrarrechtlichen Themen insbesondere im Jagd- und Waffenrecht tätig bin. Habe ich das eben richtig gesagt? Bist du der Dienstälteste im Bereich Agrarrecht, Fachanwaltschaften? Also ich kann es für Niedersachsen positiv sagen. Wir waren der allererste Durchgang, der das seinerzeit über die Deutsche Anwaltakademie in Hannover gemacht hat. Und wir waren in Niedersachsen fünf, die schon 2009 zu Fachanwälten für Agrarrecht bestellt worden sind. Und zu diesen fünfen gehört ich in der ersten Welle gleich. Und diese Fachanwaltschaft ist ja so großartig. Leider gibt es das nicht spiegelbildlich bei der Justiz. Dass wir dort eben auch auf Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte oder eben auch Verwaltungsbehörden treffen, die sich auch mit diesem wunderbaren Gebiet des Naturschutzes, der Agrarwirtschaft, aber auch dem Höferecht und anderen Dingen beschäftigt. Gut, dann halten wir sicherheitshalber nicht, dass jemand schreit Fake News fest. Auf jeden Fall in Niedersachsen, Dienstältester. So, das heißt, zum Jagdrecht kamst du über die Jagd an sich. Und ich glaube, das liegt bei euch ja auch so ein bisschen in der Familie. Deine Tochter hat ja auch gerade die Prüfung bestanden mit 15. Finde ich sehr beeindruckend. Lass uns mal ein bisschen auf das Jagdrecht gucken. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht natürlich, mache ich zu jedem Gast. Und ich dachte mir so, okay, das ist schon super speziell. Wie viele Mandanten kann es da eigentlich geben? Lohnt sich das überhaupt? Muss wohl. Ich habe nämlich nachgeschaut. Im Jagdjahr 2021, 2022 waren über 407.000 Personen im Besitz eines Jagdscheins. Das hat mich völlig überrascht. Ich wusste nicht, dass es so viele gibt. Und immerhin 380.000 davon waren in 2022 tatsächlich auch auf der Pirsch. Hast du einen Überblick, wie viele Kanzleien auf das Jagdrecht spezialisiert sind? Weil wenn es so etwas ganz Spezielles ist, kennt man ja meistens seine Bubble. Man kennt sich, man hilft sich. Es ist in der Tat so, wir haben sogar eine eigene Vereinigung. Und diese Vereinigung nennt sich Deutscher Jagdrechtstag. Und über den Deutschen Jagdrechtstag gibt es auch die Fortbildung zusammen mit der Deutschen Anwaltakademie für die Fachanwälte für Agrarrecht und die Fachanwälte für Verwaltungsrecht. Und wir treffen uns einmal im Jahr für fünf Tage. Meistens ist das Anfang November immer um den Hubertustag. Wir machen dann auch eine Hubertusmesse. Und es gibt dann eben auch die Besichtigung eines Schießstandes natürlich, wie sich das gehört. Und in diesem Deutschen Jagdrechtstag sind ungefähr 150 Juristen organisiert. Davon sehr viele Rechtsanwälte und auch Leute aus der Verwaltung, von Bundeslandwirtschaftsministerium bis zu Ordnungsbehörden auf kommunaler Ebene, die sich dort fortbilden, die inzwischen auch ähnlich wie der Verkehrsgerichtstag Empfehlungen aussprechen. Und wirklich nicht nur davon theoretisch sprechen, sondern tatsächlich auch diese Passion teilen. Ich glaube, das ist die einzige Fortbildungsveranstaltung, an der dann auch Hunde teilnehmen. Und da sitzen dann also die Jagdhunde dabei und niemanden stört es, wenn dann so ein Jagdhund auch mal zwischendurch bellt während einer Rede oder sowas. Das gehört einfach dazu. Und man kennt sich, trifft sich dann jedes Jahr, hat dann auch zwischendurch mal miteinander zu tun. Selbstverständlich in irgendwelchen Prozessen, Verfahren, auf Messen trifft man sich oder auch bei den verschiedenen Jagdverbänden, wo es dann auch um Fachsymposien geht oder um Rechtsfortbildung oder um Auslegungsfragen, wo man dann miteinander arbeitet. Das ist wirklich eine großartige Community, wo es Leute gibt, mit denen man sich super versteht, wo es Menschen gibt, denen man nicht so sympathisch ist. Auch das gibt es ja überall. Dafür sind wir alle Menschen, aber uns verbindet gemeinsam die Freude an der Jagd, die Freude an der Natur und auch an dem gemeinsamen Austausch über die Erfahrungen, die wir damit gemacht haben und auch an der Rechtsfortbildung. Ich bin gerade voll an dem Bild hängen geblieben. Ich hatte das direkt vor Augen. Ein ganzer Fortbildungssaal mit ganz vielen Hunden. Ich fände das so wundervoll. Es sollte es viel öfter geben. So, Jagdrecht. Jagdrecht. Das klingt beim ersten Hinhören, finde ich, nach einer relativ überschaubaren Materie. Ist es aber gar nicht. Warum verbirgt sich hinter Jagdrecht so viel mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde? Hol uns mal ein bisschen ab. Das Jagdrecht hat ja als Teil des Agrarrechts auch viel mit dem Agrarrecht zu tun. Der Agrarrechtler ist ja der Generalist für seine Klientel. Anders als wir das von anderen Fachanwaltschaften kennen. Der Familienrechtler macht halt Familienrecht. Der Bank- und Kapitalmarktrechtler macht Bank- und Kapitalmarktrecht. Und Agrarrecht ist ein ganz bunter Strauß, ein Potpourri von Verwaltungsrecht, von Zivilrecht, von Strafrecht, Ordnungswidrigkeiten, von besonderen Vertragsarten und Gestaltungen im Genossenschaftsrecht, Maschinengemeinschaften, im Grundstücksrecht und, und, und. Und das sind ganz verschiedenste Dinge. Und so wie wir immer diese Kombination haben aus Zivilrecht und Verwaltungsrecht im Agrarrecht allgemein, haben wir sie auch im Jagdrecht. Also es gibt im Bundesjagdgesetz und in den 16 Landesjagdgesetzen, das ist inzwischen konkurrierende Gesetzgebung, war früher mal in der Rahmengesetzgebung untergebracht, sowohl zivilrechtliche als auch öffentlich-rechtliche Vorschriften in einem Gesetz und Strafvorschriften. Also das ist ein bunter Strauß, mit dem du es da zu tun hast und musst immer gucken, gerade bei der Rahmengesetzgebung, welches ist jetzt das neueste Gesetz, woran muss man sich halten. Und dann greifen da natürlich jede Menge Nebengesetze noch hinein, wie zum Beispiel das ganze Waffenrecht. Und in dem Bereich bin ich jetzt auch spezialisiert dadurch, dass mich mal der Verband der Büchsenmacher in Deutschland gefragt hat, ob ich deren Justiziar werden möchte und die ganzen Mitglieder vertreten und das mache ich jetzt. Klingt ja spannend, Verband der Büchsenmacher. Was es alles so gibt. Lass uns mal ein bisschen an Beispielen teilhaben. Was sind jetzt so die häufigsten Jagd-, also wirklich Untergebiet-Jagdrecht, die jagdrechtlichen Streitigkeiten, die du so auf dem Tisch hast? Also natürlich im Rahmen der Verschwiegenheitspflicht. Was sind so die häufigsten Fälle, die du bearbeitest? Also die allerhäufigsten Dinge sind tatsächlich die Fragen über die Jagd- und waffenrechtliche Zuverlässigkeit und Eignung von Jägerinnen und Jägern. Also ist jemand, der eine Ordnungswidrigkeit begangen hat, nicht nur im Jagd- und Waffenrecht, zum Beispiel auch im Tierschutzbereich, ist der noch zuverlässig? Neulich hatte ich einen Tieraufseher. Der hat auf die Schafe seines Nachbarn aufgepasst und wusste nicht, dass die Schafe erkrankt sind. Das wusste irgendwie niemand. Und dann sind die Schafe innerhalb weniger Tage verendet. Und ihm wurde dann von der Veterinärbehörde vorgeworfen, dass er eben nicht rechtzeitig einen Tierarzt involviert habe. Mit der Folge, dass es dann eben Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gewesen sei, eine Verurteilung gegeben hat. Meistens kommen die dann zu uns mit einem Strafbefehl, der dann leider schon rechtskräftig geworden ist. Ja, und dann bist du eben auch in der verwaltungsrechtlichen Überprüfung, ob es dann mit deiner Jagd- und waffenrechtlichen Zuverlässigkeit noch gut bestellt ist. Das sind eigentlich die Hauptverfahren, aber es sind eben auch viele Streitigkeiten um Jagdpachten. Also der eine Jagdpächter möchte gerne weiterpachten. Der neue hat aber dann vielleicht eine Mehrheit bei den Jagdgenossen in seinem Dorf. Und da spielt dann dieses ganze Dorfleben hinein, wie beliebt man ist über die Jahrzehnte, manchmal sogar über Generationen. Und wer dann am Ende dann die Jagdpachten darf. Und da gibt es dann eben sowohl die zivilrechtlichen als auch die verwaltungsrechtlichen Ansprüche. Man kann es dann auch bei jeder Gerichtsbarkeit geltend machen. Und es ist total spannend, das dann so zu sehen. Oder auch Wildschäden, die wir dann vor den Amtsgerichten verhandeln. Wenn dann also die Wildschweine kommen und dann Bio-Kartoffeln, wo dann das Kilo 50 Cent kostet oder mehr, dann das Nachts aus dem Boden holen und der Jäger in der Zeit auf den Balearen Urlaub macht. Und das, was sein ganzer Urlaub kostet, die Wildschweine jede Nacht aus dem Acker des Landwirts holen, für den er eigentlich verantwortlich ist. Und da gibt es ganz spannende Verfahren, die zum Teil auch sehr, sehr teuer sind. Wildschadensprozesse mit 80.000 Euro wegen Schäden im Winterraps hat es gegeben durch Dammwild. Oder auch Wildschweine, die dann Mais beschädigen. Und also großartige Dinge. Also auch Rechtsfragen, auch ganz unterschiedlich landesrechtlich geregelt. Dann hast du die Verordnungen, die dann eben aus dem Naturschutzbereich noch dazukommen. Auch das ist immer wieder spannend. Also das gesamte Recht von der Berner Konvention bis zur kommunalen Satzung spielt bei uns eine Rolle. Das ist ja spannend, weil solche Fälle hatte ich überhaupt nicht vor Augen. Dass du jetzt eben auch wegen Wildschäden in der Landwirtschaft dich streiten kannst. Ich hatte gleich so Dinge vor Augen, wie ja, hat es Auswirkungen auf deinen Jagdschein, wenn du mit Alkohol am Steuer erwischt wirst? Ich dachte, das sind vielleicht so. Das sind ja die Klassiker, die passieren sowieso. Die passieren sowieso. Also das ist ja nun Alkohol am Steuer, gemeingefährliche Straftat mit der Folge, dass die waffenrechtliche Zuverlässigkeit in der Regel perdu ist. Ja, aus gutem Grund. Aber ich glaube auch da, als jemand, der sich jetzt noch nicht damit befasst hat, mit dem Jagdrecht, kommst du gar nicht so drauf. Ich finde das immer genauso, also nicht unbedingt naheliegend, wie du fährst angetrunken mit so einem E-Roller und dann ist aber dein Führerschein in Gefahr. Oder beziehungsweise Fahrerlaubnis. Nee, und auch dein Jagdschein ist dann weg. Eben, genau. Also auch das hatten wir, wenn du vorhin an die studentischen Zuhörerinnen und Zuhörer appelliert hast, da hatte ich auch mal einen Studenten aus Göttingen, der mit 1,8 Promille auf dem Fahrrad erwischt worden ist und sich dann eine neue Waffe gekauft hatte. Und dann wurde eben auch eine Regelüberprüfung gemacht und dabei stellte sich eben heraus, dass er verurteilt worden war. Ich glaube, der hatte nicht viel bekommen, 20 Tagessätze oder sowas, wegen Trunkenheit im Verkehr. Aber das hat dann genügt, um dann eben für ein paar Jahre ohne Waffe durchs Revier zu gehen. Und damit eben auch ohne Jagdschein. Wohlgemerkt, man muss dafür noch nicht mal die Jagdwaffe dabei haben. Es reicht betrunken, auf dem Roller oder auf dem Fahrrad erwischt zu werden. So, dann lass mal Agrarrecht gucken. Auch davon, ich bin ehrlich, habe ich nicht viel Ahnung. Mir ist dazu eingefallen, wahrscheinlich, du hast es eben auch schon angedeutet, so ein Höferecht machst du wahrscheinlich auch viel. Hast du dann auch viel mit Umweltrecht zu tun? Erzähl mal so ein bisschen, was liegt da so auf deinem Tisch? Du hörst mich jetzt nicken? Ich höre dich nicken, ja. Also natürlich in Nordwestdeutschland haben wir die Höfeordnung. Das sind Vorschriften, die ja die Rechtsfortbildung sind aus dem Reichsnährstandsgesetz, aus dem Reichserbhofsgesetz. Und die dafür sorgen sollen, dass nicht Eigentum von einer Generation auf die nächste übertragen wird, sondern dass es eine funktionierende Landwirtschaft mit funktionierenden Betrieben gibt. Und so lange sind die Landwirte in der Regel ja noch gar nicht Eigentümer ihrer Höfe, sondern erst seit Mitte des vorletzten Jahrhunderts. Stein- und Hardenbergsche Reformen kennen wir alle und haben schon mal davon gehört. In Niedersachsen ist es der Hammerstein, der dann da auch viel gemacht hat. Und aus dieser Tradition heraus sieht ein Landwirt seinen Hof eben nur von der nächsten Generation geliehen und gibt ihn dann nach 30, 40 Jahren wieder ab. Und in der Zwischenzeit bewirtschaftet er ihn, baut ihn aus, um ihn dann zukunftsfähig an die nächste Generation zu übertragen. Aber durch den ganzen Strukturwandel ist das natürlich nicht mehr die Regel, sondern viele Höfe sind dann eben nur noch ein Wirtschaftsgut, ein Spiegel dieses gigantischen Vermögens, was dann eben da häufig dahinter steht von mehreren Millionen. Und darum streiten sich dann die Leute nach allgemein zivilrechtlichen Vorschriften. Das kennen wir. Und immer wenn es um Geld geht, dann hört die Freundschaft und die Verwandtschaft aus und auf. Und mein Ausbilder hat immer gesagt, Erbrecht ist Streitrecht und wer sich gut verträgt, hat noch nie zusammen geerbt. Und so ist es dann dort auch. Und da wird dann natürlich auch richtig schön gestritten. Und das machen wir auch. Aber es geht natürlich auch um viele öffentlich-rechtliche Dinge. Wir haben das ganze Thema erneuerbare Energien mit Bauplanungsrecht, Biogas, Bauplanungsrecht, wenn es auch um Stallanlagen geht, wenn es jetzt um den Umbau zu tiergerechten Tierhaltungsanlagen geht. Natürlich auch naturschutzrechtliche Fragen und auch das Thema Agrarbeihilfen. Subventionen, das, warum die Landwirte jetzt in den letzten Monaten auf die Straße gegangen waren. Auch diese ganzen Agrarbeihilfen, also die Subventionen und vor allem die Rechtsfolgen, wenn dann die Verträge, die gemacht worden sind, nämlich mit diesem Flächenantrag, nicht eingehalten werden. Und wenn es dann sogenannte Cross-Compliance-Verstöße gibt und die Landwirte dann Kürzungen von drei bis zu 100 Prozent ihrer Agrarsubventionen erhalten, dann klagen wir dagegen. Und das sind teilweise schon, ja, wir hatten schon Jahre, wo wir da wirklich dreistellige Klagezahlen eingereicht haben. Ich finde das unfassbar vielfältig. Ich bin ehrlich, ich glaube, das wären für mich persönlich, mir wären das zu viele Rechtsgebiete auf einmal. Du musst ja wirklich alles können, finde ich sehr beeindruckend. Ich kann mich erinnern, da war ich noch junge Anwältin. Ich hatte tatsächlich mal einen alten Teilvertrag auf den Tisch bekommen. Das war so ein Beifang in einem ganz anderen Mandat und ich bin da dran fast verzweifelt. Ich wollte gerne helfen. Es war einfach nicht meins. Ich habe die Notbremse gezogen, ich habe es einer Kollegin überlassen. Man muss auch seine Grenzen kennen. Aber ich finde es unfassbar vielfältig, beeindruckt mich sehr. Lass noch mal ein bisschen aufs Jagdrecht schauen. Jetzt hast du schon so ein paar Fälle vorhin geschildert, aber vielleicht hast du so drei Lieblingsfälle, so drei komplett schräge Fälle, von denen du uns mal erzählen magst. Vielleicht fällt dir da gerade was ein. Ja, dabei ist es gar nicht so sehr die Rechtsmaterie, als vielmehr das Menschliche hinter den jeweiligen Fällen. Wir wollen ja Gossip, natürlich. Also mich beauftragte mal ein südafrikanischer Berufsjäger gegen einen deutschen Unternehmer, den Lohn geltend zu machen für seine Jagdreise in Afrika. Das fand ich sehr spannend. Und dann haben wir also darüber gestritten, ob nun die Warzenschwein-Abschüsse zu zahlen sind oder die Gnu-Abschüsse. Und wie dann also der White Hunter sich dann gegenüber den dortigen Leuten, die für ihn die wunderschönsten Erlebnisse organisiert haben, positioniert hat. Oder die Nachsuche eines Stück Rotwildes, das ein Bauernjäger in einer Jachtgenossenschaft angeschossen hat und das dann in dem Revier eines Fabrikanten letzten Endes gefunden worden ist. Und was dann nun das Schicksal dieses Wildbretts ausmachte und ob er das nun mitnehmen durfte oder nicht. Und wie dann auch ganz emotional und zum Teil eben doch sehr schnöde und sehr menschlich dann auch potenziell höher gestellte Menschen reagieren. Und das sind so Dinge, die mich im Zivilrechtlichen bewegt haben. Im Verwaltungsrechtlichen habe ich gerade einen ganz aktuellen Fall. Da hat sich ein Arzt von einem Waffenhändler eine Kurzwaffe geliehen. Das ist möglich nach dem Waffenrecht. Und der Leihvertrag war zehn Stunden abgelaufen. Da kam dann die Waffenbehörde mit Staatsanwaltschaft und Polizei, um dem Arzt sämtliche Waffen, Munition und Gerätschaften wegzunehmen. Das Verfahren hängt gerade. Und da bin ich gerade dran. Also das sind teilweise sehr schräge Fälle, wo du denkst, das kann man sich nicht ausdenken. Sowas gibt es doch eigentlich gar nicht. Aber es passiert. Zehn Stunden und dann kommen die Anmaschinen. Finde ich ja spannend. Wobei man sich dann fragen kann, woher hat man das gewusst? Auf jeden Fall spannende Konstellationen. Weil du es gerade sagtest, mit dem angeschossenen Tier, das dann noch herumgestreift ist und leider irgendwo verendet ist. Das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck. Gibt es nicht ganz strenge Regeln, wie man jagt, damit genau sowas eben nicht passiert? Selbstverständlich. Aber du musst dir das ja so vorstellen, das ist eine ganz besondere Situation, in der du dieses Tier erlegst. Das geht ja niemandem von uns einfach so frei von der Hand, als würde man auf eine Scheibe schießen oder als würde man ein Dartpfeil werfen. Und auch ein Dartpfeil wirfst du nicht immer in die 3x20 oder ins Bull-Eyes. Sondern da weichst du ja auch mal einige Zentimeter vom Ziel ab. Und das auf diese kurze Entfernung. Mit der Waffe ist es eben auch so, dass du durchaus mal abweichen kannst, weil du so aufgeregt bist, weil du so nervös bist, weil du von diesem Moment so ergriffen bist, weil du so viel Respekt vor dem Tod hast, weil du so viel Angst hast davor, dass du eben nicht richtig triffst. Oder weil es irgendwelche Bewegungen noch im Schuss gibt. Also das Tier kann sich vom Abzug des Hahns bis zum Auftreffen, das sind ja nur Sekundenbruchteile, aber auch da kann sich das Tier noch eben um wenige Zentimeter bewegen. Und da reicht es dann, dass dieser Schuss dann nicht hundertprozentig tödlich ist, sondern vielleicht eben erst später tödlich wird und es noch eine Flucht gibt und eine Nachsuche. Dafür haben wir ja ausgebildete und geprüfte Hunde, dass das eben sofort gemacht wird. Und dann muss man nachsuchen. Und der Idealfall ist das nicht, aber es kommt in einstelliger Prozentzahl leider vor. Du siehst schon, ich habe von der Jagd selbst überhaupt keine Ahnung. Übrigens vom Dart auch nicht. Also wenn wir mal spielen irgendwo unterwegs, werden immer alle gewarnt, dass sie einen weiträumig Abstand halten sollen. Weil bei mir geht es auch nicht darum, das Bullseye zu verfehlen, sondern die Dart-Scheibe überhaupt zu treffen. Man kann nicht alles können. So, was mich interessieren würde als Jäger, du hast jetzt gesagt Kurzwaffe, Langwaffe. Welche Waffen darf ich überhaupt als Jäger haben? Das wird ja nicht jede Waffe sein. Nein, ich darf natürlich keine vollautomatischen Waffen haben. Das sind ja Kriegswaffen. Ich darf aber halbautomatische Waffen haben, insbesondere Pistolen, zwei Stück. Also das sind sogenannte Kurzwaffen, Pistolen oder Revolver. Und ich darf eine unbeschränkte Anzahl an Langwaffen besitzen. Da gibt es zwar inzwischen schon mal so ein Urteil von einzelnen Verwaltungsgerichten, die meinen auch zehn Stück reichen, ja auch. Aber gesetzlich vorgeschrieben ist das nicht. Unbeschränkte Anzahl von Langwaffen und zwei Kurzwaffen sind im Rahmen meines Bedürfnisses in jedem Fall drin. Man kann eigentlich mit Fug und Recht sagen, am einfachsten gelangt man an Waffen, indem man einen Jagdschein macht. Man muss also nicht nachweisen, dass man jetzt so und so viele Übungsabende im Schießstand bei einem Schützenverein verbracht hat oder so etwas, sondern dadurch, dass man eben die Jagd ausübt, hat man auch das Bedürfnis, Waffen und Munition zu erwerben. Und ich sage mal, mit zwei Kurzwaffen kommt man in der Regel hin. Und Langwaffen kann man natürlich für jeden Zweck eine andere haben. Man braucht eine Flinte für die Federwildjagd, also da kommen dann so Schrote raus vorne. Man braucht eine Büchse für starkes Wild, eine Büchse, die man dann für schwaches Wild und Raubwild verwendet. Es gibt auch kombinierte Waffen, ganz wunderschöne Drillinge zum Beispiel. Du kennst das von einem Förster, der dann so eine Waffe hat, wo dann drei Läufe dabei sind und wo er dann sowohl mit Schrot schießen kann, als auch mit der kleinen und mit der großen Kugel. Das kommt auch langsam wieder in Mode. Das sind wirklich wunderbare auch Handwerkstücke, die handwerklich hergestellt werden. Wir haben da auch neulich mal einen Film dazu gemacht, wie solche Waffen hergestellt werden. Großartige Handwerkskunst. Und diese Dinge darf ein Jäger besitzen und die dazugehörige Munition auch. Dann soll er ordentlich üben. Dafür muss er auf den Schießstand gehen und muss auch nachweisen, bevor er dann so zu Drückjagden oder Treibjagden geht, dass er auf dem Schießstand nicht nur geschossen, sondern in der Regel auch getroffen hat, damit man tierschutzgerechte Schüsse macht. Ja, und dann kann das losgehen. Und dann kann man die Jagd ausüben. Aber das Schießen ist nur ein klitzekleiner Bruchteil, vielleicht ein Prozent, wenn es überhaupt kommt, der gesamten Jagd. Ja, das ist natürlich das, was du als Laie immer als erstes im Kopf hast. Wo ich nochmal nachfragen muss. Mein Großvater war ja auch Jäger. Ich habe aber da nie eine Kurzwaffe gesehen. Hätte ich mit Jagd überhaupt nicht in Verbindung gebracht, wofür würde man die denn benutzen? Also die Kurzwaffe verwendest du in der Regel zum Abfangen von Wild. Zum Beispiel wirst du als Jäger ja zu einem Verkehrsunfall gerufen, wenn also ein Wildunfall stattgefunden hat und dieses Tier nun leidet und erlöst werden muss. Und dafür brauchst du dann eben eine Kurzwaffe, um aus kürzester Distanz auf das Tier zu schießen. So eine Kurzwaffe hat natürlich auch nur einen Bruchteil an Energie wie eine Langwaffe und ist sehr handlich. Und dafür nimmt man zum Beispiel so eine Kurzwaffe. Oder du hast bei einer Nachsuche, bist du jetzt dabei und hast ein Stück Wild gefunden und musst ihm dann sozusagen den Gnadenschuss geben. Dafür hat man dann noch eine Pistole oder einen Revolver dabei. Oder was wir jetzt gerade intensivieren, ist die Fallenjagd. Wenn man also lebend Fallen hat und ein Tier dann aus der Falle schießen muss, das macht man in der Regel auch mit einem Revolver oder einer Pistole, weil man mit einem Gewehr da nicht reinkommt. Ah, guck, wieder was gelernt. Eine Frage, die sich mir noch aufgedrängt hat. Ich habe mal eine Zeit lang, ist schon eine Weile her, Schwertschaukampf betrieben, beziehungsweise war da auch in der Schule. Da hast du natürlich so ein, es ist ein echtes Schwert, aber es ist natürlich stumpf. Es ist so ein Theaterschwert. Ich gehöre aber nicht einer Schauspielgruppe oder Ähnliches an. Das war halt einfach ein Trainingssport. Und da stellte sich schon immer die Frage, wie transportierst du dieses Schwert denn dann zu dem Event auf dem Mittelalterfest oder so. Jetzt frage ich mich, das gilt doch wahrscheinlich für euch genauso. Muss ich beim Transport der Waffe irgendwas beachten? Weil ich kann mir die ja nicht einfach schultern und loslatschen. Das kommt, wie wir Juristen sagen, darauf an. Ist es ein Transport oder ist es ein Führen von Waffen? Wir Jäger führen Waffen, wenn wir ins Revier fahren und wir transportieren Waffen, wenn wir zum Büchsenmacher oder auf den Schießstand fahren. Beim Transportieren müssen wir alles so abdecken und verschließen, dass man da auch nicht rankommt, dass es nicht zugriffsbereit ist. Wenn wir die Waffe führen auf dem Weg zur Jagd, dann darf sie eben nicht schussbereit sein. Aber wir dürfen sie zum Beispiel lose auf dem Rücksitz liegen haben. Das sind Unterschiede. Und die Jäger haben schon gewisse Privilegien im Waffengesetz. Das ist in Paragraf 13 geregelt. Und da muss man immer auf die Details achten. Das sind Dinge, die viele nicht so kennen, auch Polizisten nicht so kennen. Und da kann man dann auch über eine Aufklärungsarbeit eine Menge erreichen. Wollte ich gerade sagen. Ich meine, die Tatsache, dass du es darfst, also jetzt die Waffe auf dem Rücksitz transportieren, verhindert ja nicht, dass es irgendwie wahrscheinlich Redebedarf gibt, wenn du in eine Polizeikontrolle kommst, oder? Das ist so. Das ist so. Aber da habe ich dann auch entsprechende YouTube-Videos auf meiner Seite und da kann man dann mal nachgucken und sich das erklären lassen. Und jetzt, wenn ich mich zurückerinnere an meinen Großvater, der hatte seine Waffen weggeschlossen. Das ist ja wahrscheinlich auch verpflichtend, oder? Ich habe doch dann zu Hause wahrscheinlich auch Sorgfaltspflichten, meine Jagdgewehre sicher zu verstauen. Ist das dann so wie im Fernsehen? Habt ihr dann so richtig abschließbaren Waffenschrank und dann muss der Schlüssel noch versteckt werden und so? Ja, und nicht nur das. Da gibt es die Vorschriften bis ins letzte Detail und auch eine Rechtsfortschreibung durch Behörden und durch Gerichte. Die lassen sich ständig neue Details einfallen, die zum Teil eben auch nicht rechtlich begründet werden können im Gesetz oder in anderen Dingen, sondern die man eben vielleicht für gut erachtet. Und wir streiten gerade mit den Verwaltungsbehörden in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg über ein Obiterdiktum des Oberverwaltungsgerichts Münster über die Frage, wo denn der Waffenschrankschlüssel verwahrt werden muss, ob er bei sich getragen werden darf, ob er versteckt werden darf oder ob er in einem anderen Behälter verschlossen werden muss und wenn ja, wie dieser Behälter auszusehen hat und wie er verschlossen wird. Also so detailreich kann man sich das gar nicht vorstellen, wie es dann tatsächlich im Streit ist und worüber wir uns dann mit den Behörden streiten und welche Handlungsempfehlungen abgegeben werden. Das ist natürlich auch ein Markt, der dahinter steckt und da sind dann Leute mit eigener Vita, die darüber befinden und der eine ist dann eben für Waffen und der andere ist dann eben gegen Waffen eingestellt und dann entscheiden eben auch die Einstellungen über die Motivation und die Motivation dann bringt dann die Entscheidungen der Gerichte oder der Behörden zutage und dann haben wir damit zu tun und zu kämpfen. Also dass man jetzt den Schlüssel für den Waffenschrank nicht einfach auf der Anrichte liegen lässt, ist irgendwie klar, aber den dann auch wieder in ein Safe, das kannst du ja endlos fortspielen, muss dann der Schlüssel zum Schlüssel-Safe, auch wieder, lassen wir das, interessant, womit du dich so rumschlagen musst. Ich kann verstehen, dass viele Menschen grundsätzlich sagen, oh Waffen im Haus und so sehe ich alles kritisch, aber es ist ja nicht so, dass du ohne weiteres dir einfach eine Waffe kaufen darfst, du brauchst ja, hatten wir eben schon gesagt, einen Jagdschein. Jagdschein, was braucht es denn für den Jagdschein? Wahrscheinlich ja Theorie und Praxisprüfung, erzähl mal so ein bisschen. Ich habe persönlich keine Vorstellung, ich habe nur von ein, zwei Menschen, die ich kenne und die inzwischen den Jagdschein haben, gehört, dass das echt richtig anspruchsvoll ist. Ja, früher gab es das eigentlich nur bei den Jägerschaften, bei den Kreisgruppen und dann absolvierte man das in der Regel von August bis Mai und ging dann so zwei, dreimal die Woche dahin, um sich dann abends die Theorie erklären zu lassen und an den Wochenenden auf den Skistand zu gehen, aber auch schon an Jagden teilzunehmen, mit den Alten ins Revier zu gehen, sich dort erklären zu lassen, wie die Zusammenhänge sind. Heute gibt es auch sehr viele private Jagdschulen, die das anbieten mit einer sehr großen Professionalität, wo eben nicht nur für die Prüfungen gelernt wird, sondern eben auch die Praxis im Detail, beispielsweise auch mit dem Umgang mit der Motorsäge oder der Umgang mit einer Lebendfalle oder mit einer Totschlagfalle dargestellt wird. Und natürlich die Handhabung von Waffen und Munition und ein Hochsitz wird dann mal gebaut und ein Stück Rehwild oder ein Wildschwein wird dann mal, nachdem es erlegt worden ist, gemeinsam aufgebrochen und dann muss man eben auch da seinen Mann oder seine Frau stehen, um dann eben zu zeigen, dass man das kann. Und teilweise wird sogar in diesen Jagdschulen angeboten, dass man aus dem Wild dann Würste macht und die werden dann anschließend auf den Grill gemeinsam gelegt. Also das ist schon ein ganz großes Abenteuer und auch schon die Ausbildung macht wahnsinnig viel Spaß, weil man jeden Tag Dinge dazulernt, die man sich nicht hätte vorstellen können. Glaube ich gerne. Ich habe gesehen, es gibt inzwischen sogar Online-Kurse, die aber wahrscheinlich ja nur zur Theorie, weil das kann ja nicht morgenschießen sein virtuell. Sind das dann, wie man es heute beim Führerschein macht, Online-Theorie-Kurse? Ja, und wir haben da einen Kursus ins Leben gerufen, der heißt Jagdleben.com. Und dort kann man mit Videos und Spielen das erlernen, was es sonst eben aus dem Buch zu lernen gibt. Und dieser Kursus umfasst so knapp 80 Stunden. Und dann kann man eben die einzelnen Sektionen lernen. Und auch für Nichtjäger ist es interessant, mal die biologischen Zusammenhänge zu erklären oder zu erfahren. Die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die einzelnen Baumarten bestimmen zu können, die Tierarten bestimmen zu können, Tierkrankheiten erkennen zu können. Man geht mit ganz anderen, anders geöffneten Sinnen durch die Natur. Und das kann man auch in so einem Online-Kurs machen. Und dieser Online-Kurs vermittelt dann die Theorie, sodass man dann in der Jagdschule oder in der jeweiligen Kreisgruppe dann noch die Praxis und auch das Schießen lernt. Und zusammen hat man dann, man muss jetzt in Baden-Württemberg und demnächst auch in Niedersachsen 130 Stunden Ausbildung absolvieren. Das ist quasi so wie beim Fachanwaltslehrgang ungefähr. Oder bei einem Mediationsstudium an der Fernuniversität Hagen. Dann bekommst du eben die Zulassung zur Jägerprüfung. Natürlich musst du zu Hause noch mal alles nachlernen und hast Bücher und eben auch diese digitalen Möglichkeiten, dir das noch mal anzusehen und noch mal zu lernen. Zum Beispiel die Jagd- und Schonzeiten auswendig zu lernen. Du musst die Entenarten alle kennen. Du musst die Sicherheitssignale von Jagdhörnern erkennen. Also so auf den ersten Anhieb vielleicht skurril wirkende Umstände. Und das ist schon anspruchsvoll. Oder auch Jagdhunderassen auseinanderhalten zu können. Also dass du eben Deutsch-Kurzer von Deutsch-Strahthaar unterscheiden kannst, damit du nicht wie ein völliger Nerd auf einer Jagd in Erscheinung trittst. Finde ich spannend. Also man sieht schon, die Jagd hat mit sehr viel mehr zu tun, als nur eine Waffe zu führen und dann auch abzufeuern. Es sind ja wahnsinnig viele Themen, mit denen ich mich befassen muss. Du hast eben gesagt, Buch, das ist ein gutes Stichwort. Ich würde nämlich gerne auch über ein paar Bücher sprechen. Du bist nämlich Buchautor. Bei mir ganz weit vorne von all den Büchern, die du geschrieben hast, ist natürlich das Wildkoch-Buch. Das besitze ich auch und ich liebe es sehr. Verrate doch mal ganz kurz, was dieses Buch mit unserem Bundesjustizminister zu tun hat. Ja, unser Bundesjustizminister ist ja kein Jäger, aber er ist ein Freund meines Co-Autoren und er hat ein Rezept zu diesem Kochbuch beigesteuert. Das ist der sogenannte Buschmann-Burger. Das ist also ein Hamburger aus Wildbrett mit besonderen Gewürzen, die der Marco selber so zueinander gefügt hat. Er hat ja neulich mal auch in dem Podcast Wochenmarkt von der Zeitung Die Zeit dargestellt, wie gerne er kocht und was er dort alles so experimentiert. Und da hat er eben auch von diesem Burger gesprochen und das ist schon spannend, wenn man den so isst. Wir haben den neulich mal gemeinsam gegessen und wenn du dann eben weißt, woher das Wildbrett kommt und die Geschichte dazu und diese Liebe, diese Zuneigung zum Essen, zum Genuss, zur Nachhaltigkeit, zu dem, was du in dich hineintust, in deinen Körper, um das dann zu verarbeiten. Und letzten Endes ist ja das, was wir Juristen daraus machen, auch die Worte, die wir fassen, dass eines der Produkte von dem, was wir zu uns genommen hatten vorher, dann ist das einfach großartig, dass man mit so viel Wertschätzung, so viel Engagement dann so tolle Produkte hat, die man dann auch gemeinsam genießt. Und so heißt ja auch unser Buch Wild genießen und der Buschmann-Burger mit Auberginen und Charissa-Mayo, der ist natürlich was ganz Besonderes für sommerliche Grillabende. Ich finde, auf jeden Fall klingt das Rezept großartig. Ich werde es auch mal ausprobieren. Und ich persönlich natürlich Anwältin, und Buschmann war ja auch gerade bei unserer Kampagne Aufstehen für den Rechtsstaat, Video Nummer eins. Ich fand es halt, die Welt ist so klein und dann ist der jetzt auch mit dem Buschi-Burger in deinem Buch vertreten. Aber ich glaube, die ganze Familie Buschmann ist relativ jagdinteressiert. Ich glaube, die Frau von ihm auch. Wen kennst du überhaupt sonst noch so aus der Jagdszene oder Szene, der Jagdinteressierten? Weil ich meine, Lindner ist doch, glaube ich, auch, oder? Der ist auch ein großartiger und passionierter Jäger. Wir waren auch schon ein paar Mal zusammen auf der Jagd. Und das ist bei ihm jetzt nicht einfach so dahergesagt, sondern der lebt es und der genießt es und der weiß, wovon er spricht. Und ich hatte ihn mal in einem Interview für eine Jagdzeitschrift. Und da fing das mal so an, dass er dann auch erzählte von der Jagd und hat das dadurch ja auch öffentlich gemacht und steht auch dazu. Und er ist jemand, der nicht nur die Jagd, das Wild, sondern auch die Natur sehr schätzt, dieses Leben in der Natur und auch daraus etwas herzustellen, was man dann gemeinsam genießt und wertschätzt. Und das finde ich sehr, sehr großartig, dass man da gemeinsame Werte auch miteinander teilt. Bei Buschmanns ist das so, dass sie keine Jäger sind, aber der Marco dieses Rezept gemacht hat und auch sehr gerne wild isst. Und wir uns da auch gerne mal drüber unterhalten haben. Und auch er schätzt Lebensmittel nicht einfach nur so als Nahrung, sondern eben auch als Genuss. Und nicht nur das Essen, sondern auch das Zubereiten ist für ihn schon eine wertvolle Sache. Aber es gibt ja dann auch Politiker und andere Leute, die die Jagd irgendwie ausüben, die dann auch schon negativ in Erscheinung getreten sind. Aber die beiden Letztgenannten, entweder als Jäger oder als Wildgenießer, kann ich nur in den allerhöchsten Tönen wertschätzen. Und das tue ich auch. Das glaube ich gern. Und ich habe in meinem Umfeld eine recht junge Jägerin. Die betreibt ein Catering-Unternehmen. Sie hat, ich glaube, vor Corona angefangen. Da gab es doch mal so einen Trend, dass du Menschen bei dir zu Hause bewirtest. Und sie ist eigentlich Bildhauerin und hat ganz kreative Menüs gemacht. Ein ganzes Menü, das war natürlich meins, rund um das Thema Heavy Metal. Also jedes Gericht hieß so. Und sie erzählte mir, dass sie wahnsinnig damit liebäugelt, auch den Jagdschein zu machen. Inzwischen hat sie es getan. Hat ein wirklich exzellentes Catering-Unternehmen. Klein und fein ist das Ganze. Und jetzt bietet sie eben auch Wild an. Und die ist so kreativ, sehr naturverbunden und verarbeitet dann auch alles Mögliche, was du im Wald eben so finden kannst. Da wird dann mit irgendwelchem Nadelholz geräuchert, Moos mitdekoriert. Ganz, ganz fantastisch. Und sie ist eben auch jemand, wo ich sagen würde, also sie gehört nicht zu der Gruppe von den Jägern, über die wir gleich wahrscheinlich auch noch sprechen werden. Bleiben wir nochmal beim Buch, beim Thema Buch. Du bist ja auch Herausgeber quasi des Standardwerks für die Prüfungsvorbereitung. 58. Auflage habe ich gesehen. Wahnsinn. Und du hast außerdem den kleinen Jäger Knigge geschrieben, der sich unfassbar gut verkauft. Spiegel Bestseller habe ich gesehen. Worum geht es im Jäger Knigge? Klingt jetzt so nach Benimmregeln. Ja, der Freiherr von Knigge hat ja das alles mal so aufgeschrieben, wie man sich besser verhält oder wie man sich besser nicht verhält und was man besser sagt und was man besser nicht sagt. Und als junger Jäger lernst du vieles für die Prüfung, aber du lernst eben vieles nicht fürs Jägerleben. Und das sind so ungeschriebene Gesetze. Das sind Dinge, wie man sich eben besser verhält oder besser nicht verhält. Und die habe ich mit vielen anschaulichen Beispielen aus meiner auch anwaltlichen, aber auch Jagdpraxis unterfüttert. Das Ganze so ein bisschen humorvoll geschrieben, sodass es auch Spaß machen soll, das Ganze zu lesen. Und viele ältere Jäger kaufen nicht nur ein Buch davon, sondern gleich ein Dutzend und schenken das dann jungen Jägern zum Beispiel zur Jägerprüfung. Oder ein Kreisjägermeister hat mich neulich mal an der Luxemburger Grenze angesprochen und sagte, er kaufe immer gleich 20, davon, habe die immer im Kofferraum. Und wenn er dann sehe, dass ein Jäger über die Stränge schlüge, dann würde er ihm dann so ein Buch schenken, damit er sich daran erinnere, sich richtig und regelkonform zu verhalten. Und das ist eben wichtig, dass jeder Jäger sich vernünftig in der Gesellschaft bewegt. Denn jeder Jäger ist ein Botschafter der Jagd und jedes Fehlverhalten wird sofort von Medien und Jagdkritikern genutzt, um eben jagdkritische Äußerungen zu veröffentlichen und zu verbreiten. Und das können wir nicht gebrauchen, sondern wir wollen uns ganz besonders regelkonform verhalten. Wir wollen ganz besonders tierschutzgerecht handeln. Der Jäger sagt weitgerecht dazu. Das klingt so ein bisschen antiquiert, ist aber ein wunderbarer, ein wunderbarer, unbestimmter Rechtsbegriff aus dem Bundesjagdgesetz, den man natürlich auch mit den jeweiligen Zeiten und dem Zeitgeist entsprechend ausfüllen kann. Ich selber subsumiere unter Weitgerechtigkeit ja auch den anständigen Umgang von Männern und Frauen auf der Jagd. Das fand auch mal die Süddeutsche Zeitung ganz gut und hat es auf der Titelseite mal rezensiert, was ich dazu geschrieben hatte. Also der kleine Jägerknigge verkauft sich gut. Ich habe ihn auch als Hörbuch eingesprochen. Es gibt ihn auch digital. Und ja, inzwischen haben wir eine fünfstellige Zahl davon verkauft. Ist natürlich eine großartige Sache für so einen Rechtsanwalt, der nebenbei mal ein Buch schreibt. Und für das Kochbuch haben wir letztes Jahr den Deutschen Kochbuchpreis in Gold bekommen für das beste Wildkochbuch des Jahres. Das war für mich natürlich auch eine ganz große Ehre. Ja, Ehre. Und es freut einen natürlich, weil du machst das alles ja mit sehr, sehr viel Herz, mit sehr viel Passion. Der Knigge war ein gutes Stichwort. Du arbeitest ja dran, dass sich Jäger eben weitgerecht verhalten, dass sie in der Öffentlichkeit nicht in eine Schublade gesteckt werden. Das ist ja letztlich auch so ein bisschen Ziel des Buches. Daher die Frage, habt ihr oder hast du viel mit Vorurteilen zu kämpfen? Du hast gerade das Stichwort Medien selbst geliefert. Und wenn wir mal ehrlich sind, Jan Böhmermann hat mit einer seiner letzten Sendungen jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, ein sehr positives Bild vom Jäger zu erschaffen. Er hat da Bilder gezeigt von, ja, ich würde es jetzt nennen, Posern, die sich hinter den ganzen Trophäen aufgebaut haben. Fand ich auch nicht so schön, das Bild ehrlich gesagt. Ich komme aber eben auch aus einer Familie, in der Jagd gelebt wurde. Ein Freund meines Vaters war Jäger. Mein Großvater, habe ich schon gesagt, war Jäger. Solche Bilder gab es da nicht oder solches Verhalten. Also ich kenne das auch so gar nicht. Hast du die Sendung gesehen? Und falls ja, ist das Bild, das da gezeichnet wurde, aus deiner Sicht repräsentativ oder zutreffend? Ich habe die Sendung gesehen und erst war ich entsetzt und dann habe ich darüber nachgedacht und habe auch einige Parallelen im kleinen Jägerknäger aufgeführt, wo es eben auch darum geht, dass Menschen neben der Spur laufen. Und wenn du dir die Frage stellst, ist das das, wie wir Jäger in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, dann kann man auch die Gegenfrage stellen, sind Trumps Anwälte repräsentativ wie für die amerikanische Anwaltschaft. Touché. Und so hast du eben auch den Staatsanwalt, der sein Kind missbraucht haben soll oder den Staatsanwalt, der dann die Abrechnung manipuliert hat für die Gutachten bei irgendwelchen Arzthaftungen oder Abrechnungen für Ärzte in Frankfurt, glaube ich, da gab es auch neulich so eine Reportage, wo eben wirkliche Ausreißer auch bei den Staatsanwälten zu finden sind, die sind bei Rechtsanwälten zu finden und die sind auch bei Jägern zu finden. Aber das sind Promille-Anteile, das ist nicht die Regel, sondern das, was wir haben, ist eigentlich das Gegenteil. Und wenn du siehst, wer auf die Jagd geht und wer sich eben sein Wildschwein aus dem Revier holt oder das, was wir letzte Nacht gemacht haben, vielleicht kommen wir da noch gleich drauf, uns die Rebhühner in der Balz anzuhören und da mitzumachen und den Balzruf des Rebhahns auszustoßen, damit der dann auf uns zukommt und wir sie zählen können oder dass wir gestern herumgefahren sind mit Wärmebildgeräten und über 100 Hasen in unserem Revier gezählt haben und uns darüber gefreut haben, über die Vielfalt und das, was die Natur eben uns auch da noch bietet an Erlebnissen. Oder wenn du mal bei einer Hirschbrunft dabei gewesen bist und stehst dann irgendwie und der Hirsch brunftet dann und röhrt wenige Meter neben dir und es läuft dir ein kalter Schauer über den Rücken, das ist, glaube ich, noch besser, als in Wacken beim Heavy-Metal-Konzern zu stehen. Und so gibt es natürlich immer wieder Auswüchse von irgendwelchen Menschen und das ist eben auch so menschlich. Aber da es um die Jagd geht, um etwas, was aus dem Feudalen heraus sich entwickelt hat, das ist ja auch einem Demokratisierungsprozess seit 1848 unterworfen gewesen. Aber auch etwas, was ja so bedeutungsvoll ist, der Umgang mit Leben und Tod, der Umgang mit unserer Natur, mit den Ressourcen, mit den Lebensgrundlagen und auch der Umgang mit Hunden, die wir auf der Jagd führen. Das sind ja Dinge, die tief emotional berühren. Und wenn es dann eben Menschen gibt, die da von den geschriebenen oder ungeschriebenen Regeln negativ abweichen, dann fällt das natürlich ganz besonders ins Auge. Und das hat Böhmermann hier deutlich überspitzt dargestellt. Das sind wirklich absolute Ausreißer. Das ist nicht die Regel und das ist auch nicht das, was wir als weitgerechte Jäger verkörpern oder als weitgerechtigkeit empfinden. Das ahnte ich. Aber es ist letztlich, muss man ehrlich sein, es ist ja auch Böhmermanns Job, zu überspitzen, zu karikieren und sonst wird es sich ja keiner angucken. Aber vielleicht gerade in der aktuellen Zeit noch etwas, über das man sprechen sollte. Und da weise ich ganz, ganz deutlich darauf hin, dass das jetzt gleich folgende Vorurteil nicht von mir stammt. Ich habe es aber gelesen und ich kann selbst ehrlich gesagt nichts dazu beitragen, außer zu sagen, dass es auf die Jäger, die ich kenne, nicht zutrifft. Man liest aber immer wieder und ich habe gerade gestern noch einen Artikel dazu gelesen auf einem Online-Portal, die Unterstellung, bei den Jägern und in den Schützenvereinen treffen sich ja die ganzen Rechtsextremen. Diese Behauptung habe ich schon mehrfach online gelesen. Ich weiß, dir kommt das auch immer wieder unter. Was sagst du dazu? Ja, also das ist genau das Gegenteil von dem, was wir in der Praxis erleben. Denn niemand in unserer Gesellschaft ist so durchleuchtet wie ein Sportschütze oder erst recht nicht wie ein Jäger. Wir müssen Zuverlässigkeit darstellen, beweisen. Wir haben ja das Waffenrecht als präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, uns kann jederzeit ohne Angaben von Gründen erstmal alles weggenommen werden. Und wir müssen beweisen, dass wir zuverlässig sind im Sinne des Paragrafen 5 des Waffengesetzes, um eben diese Waffen besitzen zu dürfen. Zuverlässigkeit bedeutet, dass von uns keine Gefahr ausgeht im Umgang mit Waffen und Munition. Und dafür wird seit der letzten Waffenrechtsänderung auch immer eine Verfassungsschutzabfrage gemacht. Also niemand ist so verfassungstreu, so rechtstreu wie ein Jäger oder ein Sportschütze. der wird also regelmäßig und bei den Jägern ist es also mindestens alle drei Jahre komplett durchleuchtet. Hat es irgendwelche Strafen gegeben? Hat es Ordnungswidrigkeiten gegeben? Gibt es laufende Strafverfahren? Gibt es irgendwelche Meldungen aller Verfassungsschutzämter der Bundesrepublik Deutschland, also der Bundesländer und des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die hier auch nur einen Deut darauf hinweisen könnten, dass es hier zu einer Waffen- und Jagdrechtlichen Unzuverlässigkeit kommen könnte? Und erst wenn das alles verneint wird, wird der Stempel in den Jagdschein gedrückt. Das heißt, kein anderer Berufszweig und natürlich auch nicht Politiker, Verwaltungsbeamte, Lehrer oder Polizisten, Berufswaffenträger bei der Bundeswehr oder anderer Bereiche werden so durchleuchtet und kontrolliert und auf ihre auch politische Zuverlässigkeit überprüft, wie Jäger und Sportschützen. Deshalb ist das ein Vorurteil, was absolut falsch ist und neben der Spur liegt, was natürlich gerne gesehen wird, weil sich die Jäger und auch Schützen traditionell kleiden, weil sie nicht in bunten oder besonders modischen Dingen durch die Wälder streifen oder bei ihren Versammlungen unterwegs sind. Das ist aber auch ein bisschen im Wandel begriffen. Da gibt es inzwischen auch schon modischere Sachen als einen Lodenmantel und einen entsprechenden Hut. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen und derjenige, der sich mit Jägern auskennt und eben auch mit Jungjägern mal bei so einer Jagdschule gewesen ist, der wird das Gegenteil künftig behaupten und so ein Vorurteil nie wieder weiter verbreiten. Das wäre schön, aber sag nix gegen Loden und Trachten. Ich habe auch einen Trachtenjanker und deswegen bin ich noch lang kein Nazi. Ich komme halt aus Bayern und ich liebe meinen Trachtenjanker. Da geht gar nichts drüber. Gut, bei mir traditionell natürlich dann zur schwarzen Lederhose getragen. Ich glaube, der Artikel referenzierte, den ich jetzt gerade gestern gesehen hatte, auf eine Messe, da haben sich viele drüber aufgeregt, das, wo ich glaube eine Burschenschaft da war. Da war eine Burschenschaft, also ein Burschenschaftsverband. Ich bin dort selber an diesem Stand gewesen, habe mir das angeguckt. Also ich stand nicht direkt vor dem Stand, sondern zehn Meter daneben und habe es kritisch beäugt. Ich bin absolut dagegen gewesen, dass die dort hinkommen. Der Messeveranstalter ist eine kommunale Gesellschaft, nämlich die Stadt Dortmund und dort hat man eben ja besondere Ansprüche bei öffentlichen Veranstaltungen, dass eben auch ein Teilhaberecht besteht. Ich habe keine Verbindung gefunden zur Jagd, dass also so eine Studentenverbindung oder eine Verbindung von Studentenverbindungen dort aufzutreten habe. Ich fand das sehr befremdlich, dass sie da waren. Sie waren auch nicht an besonders exponierter Stelle, wo jetzt alle anderen irgendwie vorbeigegangen wären, sondern wirklich am Rand. Das hat es eindrücklich beschrieben, welche Positionen sie dort auch inne hatten, aber mit Jagd hatten die auch nichts zu tun. Und wir haben uns alle sehr davon distanziert, weil wir damit auch ja überhaupt nichts zu tun haben. Und ich fand das auch deplatziert. Aber die kommunale Messegesellschaft musste davon ausgehen, dass sie ansonsten eben eine einstweilige Verfügung bekommt, um eben, wir kennen das Messen und Märkte, da gibt es eine Teilhaberecht, gerade wenn es um öffentliche und Monopolveranstaltungen geht, dann dürfen da irgendwie alle daran teilnehmen. Und so war das hier auch. Und da hat dann die Messegesellschaft gesagt, ja, dann müssen wir das machen, obwohl wir es nicht wollen. Auch die Messegesellschaft wollte das nicht. Der Rat der Stadt Dortmund ist ja sowieso sehr kritisch, was die Messe angeht und auch das dortige Angebot. Ja, aber das ist eben auch ein Teil von Rechtsstaat. Und das muss dann der Rechtsstaat und das muss dann die Szene auch aushalten können. Aber ich habe eben auch keinen gesehen, der gesagt hat, Ehre, Freiheit, Vaterland sind jetzt die neuen Begrifflichkeiten für Jagd und Weitgerechtigkeit. Das gab es dort nicht, sondern das waren Sonderlinge und sie sind es auch geblieben. Ach guck mal, das finde ich aber einen super spannenden Funfact regelrecht, weil in dem Artikel, den ich gelesen habe, war nicht die Rede davon, dass die mit Jagd gar nichts zu tun hatten, sondern einfach so da waren. Guck, gut, dass man drüber spricht, finde ich interessant. Und eine letzte Sache habe ich noch und ich will dich gar nicht grillen, aber es sind Dinge, die mir begegnet sind bei der Recherche und ich möchte einfach die Gelegenheit geben, dass wir da drüber sprechen und vielleicht mit dem ein oder anderen oder das ein oder andere Vorurteil aus der Welt schaffen können. Wie gesagt, ich komme ja auch aus einer Jägerfamilie. Ich glaube, dass das Thema Jagd an sich ganz grundsätzlich polarisiert. Deswegen habe ich spaßeshalber mal unter deinen Videos, die ich mir auch angucke, noch mal ganz gezielt die Kommentare angeguckt und ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass da mehr, ja ich will jetzt nicht sagen Hass, aber dass da viel Kritik kommt. Ist eigentlich gar nicht so. Fand ich sehr viel Zuspruch, alles sehr positiv. Und was ich gesehen habe, du warst ja bei Hallo Niedersachsen und hast auch die Agrarministerin getroffen. Das war glaube ich im Zuge einer Podcast Aufzeichnung. Und sie hat aber auch am Rande erwähnt, dass sie selbst in der Tierschutz-Community auf das Gespräch angesprochen wurde und dass zunächst sehr viel Unverständnis ihr entgegentraf, dass man sich dann aber ausgetauscht hat und sie viel ausräumen konnte. Wie geht's dir? Kommt ihr aus der Community Tierschutz viel Unverständnis entgegen? Also neulich hatte ich mal so einen Kontakt mit einem Kommentator und hab mich dann auch mal drauf eingelassen und hab mal auf seine Seite geguckt und wenn du dann eben siehst, dass diese Leute häufig gegen alles sind. Sie sind gegen Jäger, sie liken dann auch blaue Beiträge, die sich dann gegen den Staat und andere Sachen stellen und sie sind eben gegen. Sie sind mit ihrer eigenen Situation unzufrieden und dann sind sie eben auch gegen andere und dann ist es eben leicht, wenn es Vorurteile gibt, die von anderen präsentiert oder geschürt werden, da nochmal nachzulegen. Man muss sich keine eigenen Vorurteile ausdenken, sondern kann dann nochmal in die Kerbe, die ein anderer schon vorbereitet hat, hineinschlagen. Aber letzten Endes, wenn du da ein, zwei Gegenargumente bringst, dann kommt da auch nichts mehr. Ich will ein Beispiel nennen. Ich hab meinen Hund, die Quitte, die ist jetzt vier, ausgebildet zu einem sogenannten brauchbaren Jagdhund. Das heißt, du musst eine Brauchbarkeitsprüfung machen, damit du sie für die Jagd einsetzen kannst, für nachsuchen, um eben Tierleid zu verhindern, wenn du mal ein angeschossenes Stück hast, dass du es auch gleich findest und erlösen kannst. So, und dann waren wir an so einem Teich und das gerade in unserem Revier in Dannenberg. Dannenberg, das ist so im Schatten des Verladekranes des Kastorbehälters, wo wir jagen, wo also früher der Kastorbehälter von der Schiene auf die Straße verladen worden ist. Und dort haben wir auch entsprechend umweltbewusstes Klientel um uns herum. und einer dieser Vertreter badete dort in diesem Teich und ich wollte nur mit meinem Hund dort üben, wie man nun eine Ente aus dem Wasser apportiert. Ja, und dann habe ich ihn gefragt, wie lange er denn da noch schwimmen wolle. Und er sagte, ach, ja, mich stört das gar nicht, wenn du hier mit deinem Hund übst. Ich komme dann schon mal raus. Und er kam dann raus, so wie der liebe Gott ihn gemacht hatte, und blieb dann so vor mir stehen. Und dann haben wir uns, so wie er stand, er trocknete sich nebenbei ein bisschen ab, haben wir uns über die Jagd unterhalten. Und ich sage, Mensch, ich war gerade da hinten, habe so zwei Nutria erlegt, das sind ja so Neozonen, also so zugewanderte aus Südamerika, als hier mal als Pelztiere, gehaltene Tiere, die man auch gut essen kann und die einen wunderbaren Pelz haben, aber eben auch Schäden an den Deichen machen dort. Und dann sagte er, ja, er würde auch gerne mal Wildbrett essen. Und ich sage, du hast gar kein Problem, ich kann dir ja einen davon schenken, ich habe ja zwei. Ach, sagte er, das wäre ja eine tolle Sache. Ich sage, das kannst du dir dann das Fell abmachen und dann kannst du dir den Braten davon machen, steckst das für den Ofen mit den und den Gewürzen, habe ihm das noch erklärt, was man dazu machen kann. Nee, sagte er, also einen Backofen habe er nicht, aber er wird sich eine Wildsuppe davon kochen. Ich sage, du bist doch hier in dem Bioladen da und da beschäftigt, da kannst du habt ihr doch so einen Brötchenofen, da könntest du den doch, nee, sein Chef wäre Vegetarier, das würde er auch nicht so gerne sehen, wenn das dann nach Fleisch röche, aber er würde das zu Hause machen und sich eine Wildsuppe davon kochen. So, und dann hat er seinen Jutebeutel aufgemacht und ich habe ihm dann diesen Nutria in seinen Jutebeutel gesteckt. Inzwischen hatte er sich abgetrocknet und angezogen und ist dann mit seinem Fahrrad und dem Jutebeutel und dem Nutria da drin von dann gezogen. Also das hat wirklich für eine unglaubliche Akzeptanz gesorgt, wenn man miteinander kommuniziert. Gestern sagte mir ein Berufsjäger, er hätte darunter zu leiden gehabt, dass seine Hochsitze gebrannt hätten und im Nachbarort eine antifaschistische Kommune lebte. Und dann ist er auf diese Kommune zugegangen und hat gesagt, liebe Freunde, was ich hier mache, ist Naturschutz. Ich mache diese Hochsitze da nicht hin, um hier irgendwie feudal irgendwelche Menschen auszubeuten oder Tiere auszubeuten, sondern für ein Gleichgewicht in der Natur zu sorgen. Und ich habe euch mal mitgebracht, wozu das geführt hat und so weiter. Hat auch ganz viele Rebhühner jetzt in seinem Revier und Fasanen und Hasen und also wirklich ganz, ganz toll was für die Natur gemacht, für die Bodenbrüter, für den großen Brachvogel, für die Kiebitze und so weiter. Und dann hat diese antifaschistische Kommune sich zusammengesetzt und ein Mitglied ausgeschlossen und seither brannten eben dort auch keine Hochsitze mehr. Ach guck. Also es ist immer eine Frage, wie man miteinander kommuniziert und dass man miteinander kommuniziert. Insofern finde ich das durchaus positiv, wenn Herr Böhmermann dieses Thema mal auf Tapet hebt und wir darüber sprechen und eben auch das zur Gelegenheit nehmen, mit irgendwelchen Vorurteilen, die immer wieder geschürt werden, weil es ja so einfach ist, aufzuräumen und zu sagen, wie es wirklich ist. Und wir sind nicht nur Mitglied anerkannter Naturschutzverbände, sondern wir üben tatsächlich Naturschutz aus und wir gehen in die Natur, um nachhaltig uns zu ernähren, um ganz tolles Fleisch aus der Natur zu holen und das verwerten wir nicht nur die Keulen oder die Filets, sondern eben alles, Nose to Tail. Ich habe auch seinerzeit mitgemacht bei diesem Kochbuch, bei diesem Film Taste the Waste und da gab es ein Kochbuch dazu und da habe ich dann auch ein Wildschwein zerlegt, um eben auch zu zeigen, dass man alles verwerten kann und so machen wir das ja mit dem Wildbrett auch. Ein Jäger schmeißt nichts weg, sondern alles, was er sich aus dem Wald holt oder aus dem Feld, das wird auch verwertet und das wird dann eben auch erst dann wieder in die Natur, geht man erst wieder, um sich Neues, einen neuen Nachschub zu holen, wenn das Alte aufgebraucht ist. Und das ist nachhaltige Bewirtschaftung, wie wir es eigentlich in der ganzen Gesellschaft benötigen und da sollte man eher die Jäger im positiven Sinne als Beispiel nehmen, anstatt mit dem Finger drauf zu zeigen und sich dadurch versuchen zu erheben. Ja, also das kann ich auch bestätigen. Vielleicht kommt ein Teil der Ablehnung oder Kritik daher, dass vielen Menschen die Jagd heute fremd ist. Ich bin damit aufgewachsen, mit Jagd, tatsächlich auch mit Hausschlachtung noch und ich glaube, dass man dadurch einen ganz anderen Bezug zu den Lebensmitteln auch zum Tier hat oder wie du es sagst zum Tod. Es war auch bei meinem Großvater alles, wirklich alles von dem Tier wurde verwertet und Fleisch war was Besonderes. Also das war kein Alltagslebensmittel, das stand nicht jeden Tag auf der Speisekarte, es war immer was Besonderes und es war bei meinem Großvater so, auch von den Kaninchen, das Fell wurde verwertet. Da wurden für die Kinder Wintermäntel draus gemacht und die wurden über Generationen. Jedes Kind hat diesen Mantel getragen. Und das, ich glaube, das kann man sich heute, wenn man eben so mitten in der Stadt aufwächst, einfach nicht vorstellen. Wir wussten dafür nicht, was fünf Kilo XXL-Schnitzel in der Plastikverpackung vom Discounter der Wahl sind. Und weil du sagtest, Naturschutz, ihr macht so viel in Sachen Naturschutz, das will ich unbedingt noch aufgreifen, das finde ich nämlich wirklich klasse. Ich gucke ja deine Videos und habe gesehen, du sammelst im Revier regelmäßig Müll ein und du konntest sogar erreichen, den ganzen Landkreis einzubinden und du pflanzt auch regelmäßig Bäume. Erzähl mal ein bisschen von den Projekten, die finde ich nämlich auch super spannend. Ja, das macht mir unglaublich viel Spaß, gemeinsam mit den Jagdgenossen, also mit den Grundstückseigentümern so eines Dorfes, dann sich im Herbst oder im Frühjahr zu versammeln. Alle packen mit an und pflanzen dann Obstbäume, wo natürlich nicht nur das Wild auch mal sich einen Apfel nehmen kann, sondern auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Ortes. Und das macht man dann gemeinsam und das wird dann auch noch bezuschusst durch die Naturschutzstiftung hier unseres Landkreises. Wir haben aber auch alte Hochsitze im Revier, die nicht abgebrochen werden, sondern die tatsächlich gestützt werden, damit sie nicht zusammenfallen, weil sie eben das Zuhause von Fledermausarten geworden sind, die sonst kein anderes Zuhause haben. Wir machen jetzt nicht nur das Monitoring, sondern eben auch den Schutz des großen Brachvogels und des Kiebitzes und anderer Wiesenbrüter, obwohl sie gar nicht dem Jagdrecht unterliegen, sondern unsere Aufgabe ist es eben auch, die Hege zu betreiben. Und das ist auch im Bundesjagdgesetz so geregelt. Da ist eben nicht nur das Recht des Jägers, ein Stück Wild zu erlegen und es sich anzueignen, sondern eben auch die Verpflichtung zur Hege. Und das sind unterschiedliche Begrifflichkeiten, die wie gesagt auch unbestimmte Rechtsbegriffe sind. Und Hege ist eben der Ausgleich zwischen den Interessen des Wildes, der Natur, der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Landschaftspflege. Und das ist das, was wir Jäger als riesengroßen Anspruch an uns gestellt sehen, dem wir gerecht werden müssen. Und in unseren Videos versuchen wir unseren Freunden, den anderen Jägern, Beispiele zu geben, wie man das ausfüllen kann und was man alles für großartige Sachen machen kann. Eben Müll sammeln ist für uns alltäglich. Sobald wir an irgendetwas vorbeifahren, was wie Müll aussieht, nehmen wir es mit. Wir gehen natürlich auch mit anderen, mit offeneren Augen durch unsere Reviere und sehen dann eben auch mal, wo Müll liegt oder fragen dann schon mal den Förster, den Landwirt oder auch sogar die Naturschutzbehörde. Freunde, muss denn da jetzt noch der Zaun, den ihr um die Pflanzung gemacht habt oder um eine Weide gezogen habt vor 40 Jahren, muss der denn da heute noch sein oder können wir den mal für euch abbauen und dann wird sowas abgebaut und entsorgt. Und das sind Dinge, dieser praktische Naturschutz, das ist ja nicht nur eine Sache, die toll ist, mit dem man sich rühmen kann, sondern das ist eine Sache, die wirklich Spaß macht, wo du mit eigener Hände Arbeit, was ja auch für Juristen mal toll ist, mal was anderes zu machen, als irgendwie am Computer zu sitzen oder einen Montblanc für eine Hand zu halten, dass du wirklich auch mal den Dreck spürst, dass du auch Dinge anfasst, mit denen du sonst nichts zu tun hast und wirklich was Positives sofort bewirken kannst und nicht erst in fünf Jahren, wenn du deinen Prozess gewonnen hast oder einen guten Vergleich abgeschlossen hast, sondern du kannst sofort praktischen Naturschutz machen. Du siehst, wenn du jetzt diese Hege mit der Büchse machst, also eben gerade was Waschbären, was Marderhunde und andere Neuzugänge in unserer Natur angeht, die da wirklich Nahrungskonkurrenten sind, gegen die nichts anderes hilft, als sie zu fangen oder sie zu schießen, siehst du eben in den darauffolgenden Jahren schon, welche positiven Auswirkungen das auf die heimische Vogelwelt hat, auf die Hasen hat. Wir sprechen heute ja nicht mehr über eine rote Liste beim Hasen, weil die Populationen sich so stabilisiert haben und wir können auch mal wieder einen Hasen erlegen, um ihn dann mal zu Hause zu essen, damit man auch mal wieder weiß, wie so ein Hase überhaupt schmeckt. Viele kennen ja nicht mal den Unterschied zwischen einem Hasen und einem Kaninchen. Oder dass du eben mit deinen Kindern oder mit anderen Kindern aus dem Kindergarten, aus der Schule Naturbildung machst, dass du in dieses Revier gehst, dass du Abwurfstangen suchst, dass du mit den Kindern mal unterschiedliche Wildarten anhand der Pferden und Spuren bestimmst und dass du auch mal einzelne Knochen oder so etwas findest mit deinen Kindern im Wald und sagst, oh, das ist aber hier, wo könnte der denn zupassen, zu welchem Tier, zu welchem Körperteil. Gerade wenn du auch im Wolfsrevier zu Hause bist, so wie wir, siehst dann mal die Losung, das nennt der Jäger also den Kot von einem Wolf und guckst dann danach, wovon der sich ernährt hat. Hat der Wildschweine gefressen oder hat der Rehe oder Hirsche gefressen? Das siehst du ja an dem Kot der Wölfe zum Beispiel. Oder andere Dinge, wo Tiere Verbiss gemacht haben, also wo sie auch Schaden im Wald angerichtet haben, wo sie sich an einem Baum gescheuert haben oder wo sie ihr Geweih befreit haben vom Bast, also von dieser Haut, die um die Knochen herum ist, bevor dann im Sommer das alles wieder frei gerieben wird. Das kannst du sehen, was da in deinem Revier passiert und das kannst du anderen Menschen, anderen Generationen mitgeben und zeigen und damit einen großartigen Beitrag zur Natur- und Umweltbildung leisten. Und das ist so haptisch, das kann man so greifen. Und das ist so das Gegenmodell zu dem, was wir als Rechtsanwälte haben, wenn wir doch so theoretisch über die Dinge entscheiden, befinden müssen, wenn wir uns dafür irgendwie einsetzen. Und das ist so großartig. Ich habe es immer mit meinen Kindern darauf Wert gelegt, dass ich jeden Mittwochnachmittag frei hatte, um mit ihnen dann ins Revier zu fahren und dort unterwegs zu sein. Und klar, wenn man dann zwischendurch anrief, waren die Kinder auch sofort leise und man konnte was Wichtiges auch nochmal besprechen. Aber in der Regel war das immer den Kindern und der Natur- und Umweltbildung vorbehalten. Und das ist so großartig. Ich kann das nur jedem empfehlen, das zu machen. Das ist auch toll. Ich kann mich auch erinnern, so als Kind auf dem Hochsitz und dann bekommst du was gezeigt. Ich fand das ganz toll. Mein Mann auch, der ist auch mit seinem Großvater stundenlang auf dem Hochsitz gewesen. Und dann hat er ihm oder hat ihm der Opa eben erklärt, welches Tier welches ist und ein bisschen was vom Baumbestand erklärt, von den Pflanzen. Das sind für mich auch schöne Kindheitserinnerungen. Und ich glaube, ich habe da auch viel mitgenommen. Deswegen glaube ich, habe ich auch zu zu allem, was um uns rum ist. Auch zum Einkaufen tatsächlich vielleicht ein bisschen eine andere Einstellung. Christian, ich wollte mit dir unbedingt noch über deinen Podcast sprechen, Teppe und Schwänen. Den machst du ja zusammen mit einem Förster. Und es ist ein wahnsinnig breit gefächerter Podcast. Vielleicht mal so für alle, die auch mal reinlauschen wollen. Welche Themen greift ihr so auf? Was besprecht ihr da? Was macht ihr alles? Ja, bei uns geht es um alles, was bei der Jagd so stattfindet, zuzüglich der Jagdpolitik und dem Jagdrecht. Also wenn es neue Entwürfe von Jagdgesetzen gibt, dann sprechen wir auch mit den Funktionären darüber, mal mit einer Ministerin oder mit einem Minister darüber. Wir sprechen auch mit Verbandspolitikern, mit Abgeordneten darüber. Aber natürlich nehmen wir die Leute auch mit ins Revier, wenn wir uns irgendwo anpirschen und nachts dann durchs Getreide streifen. Und das kann man auch in so einem Podcast wunderbar dann vernehmen, hören, wie dann die Jäger durchs reife Getreide gehen und welche Geräusche es da gibt. Und auch man hört dann manchmal einen Schuss. Und auch die Erfahrung mussten wir dann mit unseren Hörerinnen und Hörern machen, dass sie dann plötzlich völlig aufgewacht sind, weil es einen lauten Knall gab, also ein Schussgeräusch gab. Und das nun was ganz Besonderes war. Oder eben von dem gestrigen Abend, das kann man kaum beschreiben, wie wir da zwischen balzenden Rebhühnern standen und die uns dann angeflogen haben, mitten in der Nacht, nachdem wir sie dann mit so einem Hahnenschrei angelockt haben. Oder wenn du bei einer Hirschbrunft zwischen den Hirschen stehst und diese Geräusche einfach aufnimmst. Du siehst ja nichts, außer du hast jetzt irgendwie so eine Wärmebildkamera. Aber sonst ist es halt so stockfinster, dass du auch auf andere Sinne und insbesondere auf das Gehör angewiesen bist. Und das kann man dann natürlich in so einem Podcast auch wunderbar verarbeiten. Und da haben wir eben unseren Audio-Podcast, aber auch unseren Videocast bei YouTube. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn das gehört wird, wenn es gesehen wird. Und wir gehen dann mal mit den Leuten in eine Waffenproduktion, also im positiven handwerklichen Sinne, wie eben seit Jahrhunderten Waffen hergestellt werden. Da waren wir bei Krieghof in Ulm. Das geht noch wirklich in einer Manufaktur. Da wird noch per Hand, werden die Läufe gerade gezogen und mit dem bloßen Auge geguckt, in welcher Krümmung das sein muss und wie verlötet wird und mit welchen Materialien da gearbeitet wird. Und das kannst du auch, ja, ich finde auch in so einem Podcast wunderbar darstellen, welche handwerklichen Fähigkeiten dahinter stehen müssen. Dann wird es demnächst auch nochmal um Unfallverhütungsvorschriften gehen. Da geht es natürlich auch immer um diese juristischen Dinge, die mir dann auch ganz besonders sind, weil sie mir in meiner anwaltlichen Tätigkeit täglich begegnen. Und das kann man dann wunderbar zusammenbringen zu solchen Podcasts. Und gerade mit Bene Schweden verstehe ich mich blind. Wir haben nichts, was wir da irgendwie künsteln müssen, sondern wir verstehen uns einfach so super, dass es sehr authentisch ist und es da zwischen uns einfach auch kein Blatt Papier gibt. Das hat sich so entwickelt und das genießen wir sehr. Aber das strahlt ihr auch aus. Das kommt auch rüber, finde ich. Und YouTube war ein gutes Stichwort. Du bist ja wirklich ein richtiger Medientausendsasser. NDR hat eine ganz tolle Doku über dich gedreht. Als Schlichter verlinke ich mal in den Show Notes. Eben, also neben dem Podcast betreibst du nicht nur einen YouTube-Kanal, sondern auch einen, wie ich finde, irre erfolgreichen TikTok-Kanal, von dem Abrufzahlen kann ich nur träumen, wenn ich ehrlich bin. Du bist auch Speaker und Moderator. Hand aufs Herz. Was machst du lieber? Mandate oder Podcast, YouTube, TikTok? Beides. Beides. Also professionelle Teams im Hintergrund, die dann aufnehmen und schneiden. Und das ist wirklich auch sehr, sehr viel Arbeit. Und dann vergisst man als Anwalt manchmal, wie schön das Leben eigentlich ist. Auch als Rechtsanwalt, was für tolle Erfolge man feiern kann, wenn man den Menschen hilft. Wenn man sich wirklich als unabhängiges Organ der Rechtspflege versteht, mit der gebotenen Professionalität, mit der Distanz, aber auch mit dem notwendigen Engagement fürs Recht für seinen Mandanten, dann dahinter steht, das macht dann auch wieder zusätzlich Spaß. Also alles, was du dauerhaft machst und zur Pflicht wird, verliert vielleicht an Freude. Aber dadurch, dass ich beides machen kann und ein super Team auch in meinem Büro hier habe, die mir dann ganz häufig den Rücken frei halten, damit ich eben auch das alles umsetzen kann. Und auch hier zu Hause mit meiner Familie, meine Frau. Das ist alles großartig und beides macht wirklich sehr viel Spaß. Wahrscheinlich auch, weil du beides mit so viel Herz machst. Und das merkt man auch. So Christian, ich habe noch ein paar Fragen zum Schluss hin. Und zwar eine, ich habe einen Tipp gelesen, den finde ich ziemlich weird und ich will jetzt von dir hören, ob der stimmt. Ich habe gelesen, Ballistol hilft gegen Halsschmerzen. Ist das ein Gerücht? Ich meine, praktisch wäre es ja, habt ihr wahrscheinlich immer am Start, habe ich auch immer zu Hause, aber ist das so? Ballistol gegen Halsschmerzen? Der Slogan von Ballistol ist, es wirkt. Und das stimmt. Also es war kürzlich, ja, wir haben es tatsächlich ausprobiert. Ja, aber in einem Video hat Bene das ausprobiert beim Thema Waffenreinigung. Und neulich stand ich auf der internationalen Waffenausstellung in Nürnberg. Da habe ich auch Vorträge gehalten für Büchsenmacher und Waffenfachhändler. Und da stand ich zusammen mit dem Geschäftsführer des Verbands Deutscher Büchsenmacher und der hatte keine Stimme mehr. Und hatte dann aber mit Ballistol einmal gesprüht, nachdem alles andere nicht mehr gewirkt hatte. Und es hat wirklich gewirkt und er konnte widersprechen. Das ist zwar weird, aber es ist eben ein ganz natürliche Inhaltsstoffe und dieses Ballistol ist mal für die kaiserliche Armee entwickelt worden, nicht nur um Waffen zu schmieren, sondern eben so ein Allzweck Öl zu sein, was auch desinfiziert. Das kannst du auf Wunden machen, das kannst du auf einen Mückenstich machen. Damit kannst du auch gurgeln und das ist ganz lebensmittelecht. Du kannst es eben für alle möglichen Dinge verwenden. Es riecht natürlich speziell, es gibt es auch ohne Geruch, aber es wirkt. Abgefahren, wieder was dazugelernt. Und da ich alt bin und aus Bayern komme, vermutlich wird die Hälfte der Lauscher den Gag altersbedingt nicht verstehen. Christian, was ist der Unterschied zwischen Normalbär, Schadbär und Problembär? Das ist ja die alte Debatte um den Bruno den Bären, der eben aus Slowenien kommend, glaube ich, in Österreich und Bayern dann auch verschiedene Schäden angerichtet hat. Also Schäden an Herden, an Weidevieh. Und der wird dann zum Problembär, wenn es dann eben nicht mehr nur das Vieh angegriffen wird, sondern eben auch der Wanderer. Auch das hatten wir erst kürzlich wieder. Dieses ganze Thema Wildtiere und Wildkrankheiten und die Gefahren, die davon ausgehen. Wir haben es hier in der Lüneburger Heide mit den Wölfen, die hier Nutzvieh ohne Ende reißen, wo die Menschen inzwischen auch Angst haben, wenn sie durch den Wald gehen, dass ihr Hund aufgefressen wird oder sie selber auch verfolgt werden von Wölfen, was ja stattfindet. Die ganze Thematik Tollwut hatten wir in den 70er Jahren in Deutschland. Da sind eben auch Menschen erkrankt an Tollwut. Wir haben das Thema afrikanische Schweinepest, wo es eben um riesige Nutzviehbestände geht, die gefährdet werden können, um Vogelgrippe. Diese ganzen Dinge, darum kümmern sich Jäger und eben auch um Problem- oder Schadtiere. Und manchmal sind es dann eben auch aus Slowenien eingewanderte Bären. Aber damit muss man sehr sachlich umgehen. Die Österreicher machen das ein bisschen souveräner, finde ich. Ich hatte ein paar Mal Gelegenheit, mit dem Präsidenten des Tiroler Jagdverbandes, Toni Lacher, zu sprechen. Ein großartiger Mann, der sehr pragmatisch damit umgeht. Also nicht so sehr theoretisch, wie das vielleicht von Berlin aus betrachtet wird, sondern von den Leuten, die eben diese Tiere auch schon mal in der Wildnis gesehen haben und sich vorstellen können, dass es kein Steif-Teddy ist, sondern wirklich ein gefährliches Tier. Ja. Und für alle, die nicht wussten, auf welches Video ich angespielt habe, es gibt ein sehr nettes Video, in dem Edmund Stoiber spricht über den Schadbär und den Problembär. Das verlinke ich mal in den Shownotes. Ist nicht mein Lieblingsvideo von Stoiber. Mein Lieblingsvideo ist das, in dem er erzählt, er richtet gerne ein Blümchen hin im Garten. Ist das, ich fand diesen Spruch am besten nach der Bundestagswahl, als er gesagt hat, er würde jetzt mal ein Glas Champagner aufmachen. Ja. Ja. Ich finde ja gelegentlich, er fehlt, wenn es um Videos geht, muss man ehrlich sagen. So, du hast vorhin schon meine letzte Frage halb beantwortet, aus Versehen sozusagen. Ich wollte natürlich zum Schluss wissen, Name und Rasse deines Hundes. Quitte, habe ich schon gehört? Rasse? Deutsch-Kurzhaar. Das sind ganz emotionale, ganz sensible Tiere mit sehr, sehr guter Nase, die sehr an ihrem Anführer hängen und so ist das bei ihr auch. Manchmal geht ein bisschen der Jagdtrieb mit ihr durch, da muss man sie dann an der Leine halten. Aber sie ist unglaublich lieb und verschmust und überhaupt nicht aggressiv. Ich hatte sie jetzt mit im Revier und mit einer Leine dann an der Anhängerkupplung kurz festgemacht, weil ich die zweite Hand brauchte, um den Podcast aufzunehmen. Und in der Zeit fuhr dann so ein Mountainbiker fünf Zentimeter an ihr vorbei. Und normalerweise würde man eben sagen, dass so ein Hund sich so in die Enge getrieben fühlte, dass er dann auch zubeißen könnte. Aber sie hat das einfach nur beobachtet und dann den Kopf abgewendet und das war es dann für sie. Also ganz tolle Hunde und da ist unglaublich viel züchterisches Engagement dahinter, ganz viel Leistung auch vieler Generationen von Jägern, die diese Hunde gezüchtet haben. Und deshalb gehören eben solche Jagdhunde auch in Jägerhand, wo sie bewegt werden, wo sie gefordert werden, wo sie arbeiten können und nicht als nur Bürohund. Auch Bürohund machen sie auch gerne. Sie freut sich auch immer, wenn jemand kommt, der Briefträger oder ein Mandant und begrüßt sie dann auch gleich. Aber eben auch der große Auslauf im Revier, um dann eben auch dort tatsächlich die Jagd auszuüben, das gehört dazu. Und dann kann man so einen Jagdhund auch prima als Bürohund in der Kanzlei mithalten. Ja siehste, mein Hund ist ja streng genommen auch ein Jagdhund, aber er ist nicht jagdlich geführt. Zwergrauhaardackel. Oh wie süß. Den kannst du auch mit in den Ansitzsack stecken. Dann kriegst du keine kalten Füße. Richtig, richtig. Leider, leider, also ich meine ich bin ja keine Jägerin, aber er ist einfach zu faul. Franz ist super faul und ja, der würde wahrscheinlich schon am Spaziergang durchs Revier scheitern, weil der sich einfach irgendwann hinlegt und keine Lust mehr hat. Den musst du dann aufheben und tragen. Bei Dackel ist es ja so, wenn du dem sagst, komm oder komm nicht, dann kommt er oder er kommt nicht. Ja, wenn er gerade Zeit und Lust hat. Ja, Zeit und Lust hat. Christian, eine Sache müssen wir jetzt unbedingt noch auflösen und zwar, warum die Folge eigentlich auf ein Spiegelei mit Eiwanger heißt. Erzähl mal, ich fand die Geschichte toll. Ja, also ich mache ja keinen Hehl daraus, dass ich Liberaler bin. Und als solcher habe ich natürlich dann auch bei Schafhaltern schon verschiedene Vorträge gehalten, auch als Jurist. Und bei solch einem Vortrag war dann auch Eiwanger, der dann für die anderen, nämlich für seine Partei, dann Vorträge gehalten hat. Und da sind wir uns schon öfter begegnet. Und nun sind wir uns auf anderem Parkett begegnet, ohne dass er das verstanden hat, wen er da eigentlich hatte. Nämlich war ich auf einer Messe in Bayern und habe dort aus unserem Kochbuch ein Gericht gekocht, also den Rehrücken in Tiriaki-Soße. Und dann sagte plötzlich die Messeleitung, als ich dann am anderen Stand gewesen war, du kannst du nochmal eben zurückkommen und nochmal einen Rehrücken zubereiten, der inzwischen ja auch für die Jagd zuständige Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident des Freistaates Bayern kommt mit seiner Entourage und macht nun den Messerundgang. Naja, sag ich, klar, koche ich dem nochmal eben schnell so einen Rehrücken in Tiriaki-Soße. Und das war dann aber nur so ein halber Kitzrücken und der sollte dann für zehn Leute reichen. Also das war dann vielleicht für jeden so 30, 40 Gramm Fleisch mit der Tiriaki-Soße, die ich jetzt auch selbst gemacht hatte. Und der stellvertretende Ministerpräsident hatte sich vorgestellt, dass er doch ein bisschen mehr zu essen bekam. Und wir hatten so zur Deko so ein bisschen Chili und Zwiebeln und Kartoffeln und auch ein paar Eier dann auf unserer Showküche stehen. Und er sagte zu mir, kannst du mir nicht nochmal ein paar Spiegel-Eier in die Pfanne schlagen? Und da wollte er also, dass ich ihn da zwei mache. Und dann habe ich gedacht, ach, der Junge hat bestimmt Hunger. Und habe dann den ganzen Pfannenboden ausgelegt, so mit Wildsalami, so kleinen fingerdicke Scheiben, bisschen Fett drunter. Und dann habe ich ihm fünf Eier in die Pfanne geschlagen. Und dann habe ich ihm diese Eier kredenzt. Und dann sagte er, das kann ich aber nicht alles essen, geh. Und als ich dann nach zehn Minuten dann an ihm vorbeigegangen bin, weil ich zum nächsten Stand wollte, war er dann gerade dabei, das letzte Spiegelei zu essen. Also insofern kann man auch, so haben wir das ja mal gelernt, ein deutscher Volljurist kann alles. Und eben auch Spiegeleier braten für Leute von einer anderen Feldpostnummer, die sich an einen dann nicht mehr erinnern können oder sich eben nicht vorstellen können, dass der Jurist aus dem Vortrag über den Tierschutz dann auch der Koch mit dem Wildkochbuch auf der Messe in Bayern ist. Und insofern fand ich das eine witzige Gegebenheit, da miteinander zusammenzukommen. Und ich bin mir da auch überhaupt nicht zu schade und würde auch für andere mal kochen oder eben auch ein Spiegelei in die Pfanne schlagen. Auch das gehört einfach dazu. Wir sind ja als Rechtsanwälte zu vielem fähig, zu manchem zu gebrauchen. Und solange es Spaß macht, glaube ich, können wir da ohne jegliche Berührungsängste durchs Leben gehen. Und das macht uns eigentlich als Anwälte aus. Das denke ich auch. Und ich habe diese Geschichte geliebt, einfach wie er da ankommt. Und bei dir, da wirst du da halt irgendwie ein Showkoch, noch mal ein paar Spiegeleier bestellt. Ich fand es großartig. Großartig finde ich auch das, wozu wir jetzt kommen. Das ist meine persönliche Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingshunderassen, Lieblingsorte, Lieblingsbäume. Und für dich habe ich die folgenden drei, lieber Christian. Jetzt waren wir schon beim Essen. Dein Lieblingsessen. Ja, also diesen Rehrücken mit Tiriaki-Soße finde ich wirklich großartig. Er ist auch eines der bedeutenden Gerichte hier in unserem Wild-Genießen-Buch. Obwohl wir ja wirklich alles drin haben vom Rehherz in Whisky-Butter oder eben auch den Buschmann-Burger und andere Sachen. Aber diese besondere Kombination aus exotischem Geschmack und heimischem Wild, das man sonst eben ja mit Kartoffeln und Rotkohl kennt, das finde ich so besonders und so herausfordernd. Und das gibt jedes Mal auch deinem Gast so ein geschmackliches Aha-Erlebnis, dass ich dieses Gericht gerade als mein Lieblingsgericht bezeichnen möchte. Ja, und ich schneide mir heute die ganze Zeit ins eigene Fleisch. Ich kriege langsam echt Hunger. Ich weiß nicht, wie oft du schon Rehrücken gesagt hast. Das macht mich völlig fertig. Deswegen schnell zum nächsten L. Du machst ja ganz viele verschiedene Dinge beruflich. Deswegen dein Lieblingsverfahren. Ja, ich habe ja mal an der Fernuniversität Hagen Mediation studiert und habe auch eine Gütestelle Landwirtschaft und Umwelt, wo wir eben Hofübergabeverfahren oder andere Streitigkeiten im ländlichen Raum machen. Und ich finde, nachdem das Mediationsgesetz damals herausgekommen war und es auch positive Ansätze gegeben hat, viel Mediation zu machen, ist das doch in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen abgeebbt. Gleichwohl finde ich Mediationsverfahren nach wie vor das Nonplusultra. Der westfälische Frieden ist durch Mediation zustande gekommen. Und viele Streitigkeiten, die wir Anwältinnen und Anwälte in vielen dicken Gürteltieren auf dem Schreibtisch liegen haben, könnten durch Mediation beendet werden. Und vielleicht auch nochmal an die Kolleginnen und Kollegen. So eine Mediation macht Spaß. Und wenn man sich eine separate Gebührenvereinbarung unterzeichnen lässt, dann ist das finanziell auch nicht uninteressant. Und am Ende bekommt man die Dinger, die sonst eigentlich eine Last bedeuten, auch gut vom Tisch. Und für die Mandanten macht man was Positives. Man bleibt in positiver Erinnerung und man hat wirklich wieder Freude an den anderen Akten, weil man diesen Wackerstein, den man sonst um den Hals getragen hat, an irgendwelchen dicken Akten eben nicht mehr hat, sondern einfach mal losführt. Kann ich gut verstehen. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal die Doku angucken. Die verlinke ich ja auch in den Shownotes. Dann hätte ich noch ein letztes L. Dein Lieblingsurteil, Christian. Ja, dazu bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Da kommt jemand zu mir in meine Kanzlei mit einem, zum Hacken Porsche. Da war aber jetzt keine Einkaufstasche drin, sondern so ein Sauerstoffgerät. Der Mann kam mehrere hundert Kilometer, etliche Stunden von der ostfriesischen Insel Borkum in meine Hamburger Kanzlei, damit ich gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Oldenburg Berufung einlegen möge. Ich sei ihm empfohlen worden, dass ich ein bisschen mit Verwaltungsrecht auskenne. Ja, und dabei ging es darum, dass er verklagt hatte, die dortige Kommune beziehungsweise die kommunale, ich glaube den Kreis war das, dass er eben als Bewohner Borkums kostenlos von Emden nach Borkum befördert werden dürfe. Wie wir das eben im Nahverkehrsbereich kennen, dass eben behinderte Menschen mit ihrem Behindertenausweis dann auch kostenlos transportiert werden. Im Fernverkehr ist das ja nicht so. Ja, und dann ging es eben die Frage, ist denn der Verkehr von Emden nach Borkum Personennahverkehr oder nicht? Und dann haben wir gestritten beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg und beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Und da fühlte man sich ja wieder wie im zweiten Staatsexamen, wo dann also dann der Vorsitzende Richter, der natürlich auch Professor ist, dann da sitzt und sagt so, Herr Tepper, dann erklären Sie mal, woraus soll sich denn Ihr Anspruch hier ergeben? Und dann erklärt man das eben wie in der mündlichen Prüfung und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wir haben auch beide Instanzen, sowohl beim Oberverwaltungsgericht als auch beim Bundesverwaltungsgericht gewonnen. Und daraufhin wurden dann auch für alle anderen ostfriesischen Inseln diese Regelungen so eröffnet, dass eben jetzt alle behinderten Menschen kostenlos dorthin transportiert werden. Und das habe ich dort erreicht mit diesem Verfahren. Und das ist natürlich auch ein großes Maß an Zufriedenheit, das dadurch aufkommt, wenn man als Anwalt wirklich mal was Positives für die Menschen bewegen kann und nicht nur für sich selbst. Wollte ich gerade, das wäre definitiv auch mein Lieblingsurteil. Da hast du ja nicht nur deinem Mandanten geholfen, sondern als Folge ganz, ganz vielen Menschen. Finde ich großartig. Lieber Christian, tausend Dank für dieses kurzweilige und wirklich super interessante Gespräch. Ich habe ganz, ganz viel Neues gelernt und unsere Lauscher sicher auch. Apropos Lauscher, ein Wort noch an euch. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast, wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und lasst gerne auch eine gute Bewertung da. Folgt uns auf Instagram, Threads, YouTube und jetzt neu TikTok. Werft mal einen Blick in Brack-Mitteilung und Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und heute ganz wichtig, ein Blick in die Shownotes werfen. Da habe ich euch alles, worüber wir gesprochen haben und alles über Christian zusammengestellt. Lieber Christian, ganz, ganz herzlichen Dank auf hoffentlich bald. Und ich glaube ehrlich gesagt, irgendwann muss ich dich mal begleiten. Da hätte ich wirklich Lust zu. Und in diesem Sinne, Horido und Weidmannsheil. Ja, Weidmannsheil, du bist natürlich herzlich eingeladen, jederzeit zu kommen. Sobald es deine Zeit erlaubt, bring deinen Mann gerne mit. Dann machen wir eine Revierrundfahrt und können hinterher sicherlich auch nochmal ein Stück Wildbrett auf den Grill legen. Das machen wir ganz ursprünglich und ganz bodenständig, aber mit großem Geschmack und einem ganz besonderen Hintergrund von Weitgerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Fände ich großartig. Und ich habe natürlich gehofft, dass dann auch was zu essen rausspringt. Das machen wir irgendwann. Ich danke dir. Bis bald. Ich danke dir auch. Herzlichen Dank und viele Grüße. Ich danke dir.